hallo und herzlich willkommen zum dritten part von let's play minecraft ja für die die episode 2 eben gesehen haben oder am letzten mal gesehen haben die haben jetzt mitbekommen ich bin immer noch krank ich habe eine total verkackte stimme im moment weil die total heiser und kaputt ist aber ich habe jetzt extra für euch eine suppe gegessen habe hustenbombs gelutscht die stimme geschont trage ich die ganze zeit einen schal und habe jetzt einen schönen schluck wasser getrunken dass ich jetzt möglichst gut für euch kommentieren kann und ja die die eben auch schon geguckt haben die haben wahrscheinlich bemerkt eben war übel scheiße also ich werde für die auszugsweise aber war halt einfach richtig scheiße die aufnahme weil ich wollte anfangen das haus zu bauen aber das ist halt nichts geworden weil es war nacht und dann hat mich ein enderman die ganze zeit genervt mich teilweise auch was getötet war ein bisschen blöd gelaufen aber das wollte ich jetzt nachholen und deswegen wollte ich jetzt halt gegenüber von meinem schönen holzhaus ein neues holzhaus bauen dass ich hier dann so zwei schöne häuser und das problem ist ich weiß halt noch nicht wie ich bin jetzt am überlegen wie ich das am besten baue ich habe auch ein paar videos von gronk geguckt aber ich wollte das nicht irgendwie so alles abgucken oder so das kommt nämlich scheiße deswegen bräuchte ich jetzt erstmal vernünftige keys 33 könnte reichen und dann fangen wir mal an also ihr könnt euch das auch als bauideen mit abgucken sozusagen nur normalerweise bin ich was das angeht leider nicht ganz so kreativ also jetzt fand ich mal ganz schön aber normalerweise sind das dann eher die anderen leute die dann die schönen häuser bauen weil ich da echt unbegabt bin so was zu bauen so was jetzt genau erstmal brauche ich noch kann ich hier holz sticks machen doch heute mal fackeln ich hoffe es wird jetzt nicht wieder dunkel und meine mama kommt perfekt hier wird nämlich jetzt wieder schön stören schon habe ich glück ich glaube ich habe sogar glück dann kann ich mich hier in ruhe weiter kommentieren was ist das für ein lied na egal ich lasse die musik jetzt einfach mal so laufen jetzt muss ich irgendwie einen grundbaustein setzen ich boh einfach mal ja doch ich boh einfach mit holz wieder finde ich eigentlich mit am schönsten 1,2,3,4,5 also was seht euch auch 1,2,3,5 naja mach ich länger zack zack voila also besonderes thema das habe ich nicht ich wollte halt einfach drauf los spielen weil minecraft einfach übelst geil ist also ich liebe minecraft einfach es ist so ein cooles spiel ich hoffe die musik passt auch also nicht dass ihr jetzt irgendwie voll abgefuckt seid weil alter was ist das für eine musik oder so ich hoffe auch dass bald halt Alex und Oli äh Alex und Oli sag ich schon Alex und Janik mitspielen können denn Alex ist halt wie gesagt in der schule sorry leute für den schnitt aber meine mutter kam gefein das wollte ich euch jetzt nicht antun weil die hat gerade Fläche wegräumt war leider ein bisschen fail aber jetzt bin ich einfach gemütlich und in ruhe weiter jetzt habe ich natürlich auch einen faden verloren ich weiß nicht mehr wo ich war ah genau wegen Alex und Janik also Alex ist halt wie gesagt noch an der schule und Janik der zockt glaube ich gerade 1,3 1,2, keine ahnung auf jeden fall COD und der hat gerade zockt nicht so los auf minecraft vielleicht werden wir vielleicht gleich mal fragen dann können wir vielleicht mal eine Folge drehen oder so und ich habe mir wieder ich glaube ich habe es gut dargestellt ich glaube in Wirklichkeit ging mir ein bisschen anders aber das halbiges Bild mit meiner Stimme ach soll ich den Boden ganz normal machen ich würde das eh noch alles anders bauen Ähm... Ja, mal schauen. Ich hab mich ein bisschen überfragt. Da gab's doch dieses andere schöne Holz. Ich glaub, ich mach den Boden aus anderen Holz. Ich hab's extra von dem weißen Holz mitgenommen. Perfekt! Ihr dacht mir doch, die sind bestimmt für irgendwas zu gebrauchen. Mache ich nämlich einen anderen Holzboden? Dann ist es jetzt nicht so wie das hier da ist. Zack. 1-360. Oh Mann. Musik ist ja... echt flott hier. Diese Monstergeräusche machen mich wahnsinnig. Vor allem im anderen Haus kommt man ja, wie eben gesehen, dann auch nicht ins Bett. Weil halt Monster in der Umgebung sind. Ich weiß nicht ganz so. Muss ich ehrlich sagen. Ist mir irgendwas cooler vorgestellt, aber... Ja doch, passt. Ich denk mal, ist ich acceptabel. Hm. Ich glaub, hier mach ich normale Holzstellen. Als Eingangstor. Oder? Ja doch. Und sonst, ich aber auch. Die Kiesbauung. Und das hat der Kiesbauung. Was? Okay. Was machen wir jetzt nicht? Aha, will ich jetzt eigentlich von oben bauen? Ach, genau. Ach, hab ich mich nicht doof. Okay. Zwei hoch. Aber ich wollte jetzt versuchen ein bisschen mehr hier mitzubauen. Fände ich irgendwie nice. Mal eins hoch. Und da müssen wir jetzt mal eins hin machen. Kann ich mich auch geschmeidig hochgehen? Zack. Ja, läuft. Vielleicht was soll das Eingangstour? Das hätten wir jetzt mit normalem Holz machen oder auch so? Hm. Lars ist mal wieder überfragt. Ich glaube ich mache das mit normalem Holz. Ich habe gerade beschlossen. Wie sähe das denn aus? Ja doch, pass. Ich hoffe ich treffe jetzt auch mal euren Geschmack hier ein bisschen. Wenn ich gleich irgendwie baue und mir denkt so, alter. Wie scheiße sieht das denn mit aus? Aber ich gebe mein Bestes. Ich baue halt so, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Ich muss eindeutig das aimen. Sozusagen schon beim... Aha! Das aimen bis hierhin antrainieren hier. Vielleicht raste ich hier aus. Ich sollte mich eindeutig mehr konzentrieren. Aber labern und spielen ist es leider für mich noch nicht ganz so einfach. Es ist halt ungewohnt. Ich meine, normalerweise konzentriere ich mich aufs Spiel. Und zocke dann gemütlich. Und dir beim Kommentieren, bzw. bei den Live-Commentaries muss ich auch noch darauf achten, dass ich nicht anfange zu viel Scheiße zu labern. Weil ich glaube ja prinzipiell nur Scheiße in den Kommentaries. Aber ist halt ein bisschen blöd dann. So habe ich das von der Höhe? Eigentlich... Wie habe ich es denn da gemacht? Das ist 3 hoch. Das ist 3 hoch. Ah genau, ich hatte dann das Dach anders. Ich möchte nämlich noch eins hoch. Da reicht das Holz jetzt natürlich nicht. Ich wubdiwubdidup. Ja, jetzt möchte ich mal ein neues Holz hochgehen. Da kann ich noch Schaden bekommen. Und es wird dunkel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh bitte lieber Gott, lass mich einfach in dieses Scheiß-Bett gehen können. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock jetzt hier wieder irgendwie... Verdammt, nicht spät genug. Ich glaube leider ein Titi ist noch einfach gleich. Ist mir egal. Ich habe kein Holz mehr. Vielleicht hier kein Holz mehr. Okay, zumindest eine Tür habe ich. Ja gut, dann mache ich mir halt Holz. Ich meine... Ich müsste hier noch genug haben. Ja, locker. Ein 64er-Stick müsste eigentlich reichen. Ach, hier habe ich auch noch. Also das ist kein Problem. Ich hoffe, die Episode wird nicht allzu lang. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geguckt. Ach, das ist ein Monster wieder in der Nähe. Und ich wundere, dass es jetzt da so oft steht. Weil ich habe nur einmal geklickt, aber meine Maus hat so ein Einrast-Fail. Also wenn ich einmal drücke, dann rastet die irgendwie ein. Und dann verkackt das total. Ach, doch sieht was aus. Ich glaube meine Mama kommt schon wieder hoch. Das fände ich jetzt ziemlich uncool. Wie ich das Dach mache, weiß ich auch noch nicht. Aber irgendwie will ich noch dieses normale Holz verbauen. Ich glaube, dass ich da in Ruhe und in Frieden lasse ich ihn da weiterleben. Deswegen baue ich halt auch manchmal die Blöcke aus Versehen weiter. Obwohl ich es eigentlich gar nicht mache. Weil das Problem ist halt mit der Maus, dass ich dann normal drücke und dann plötzlich das einfach so weg ist. Also das nicht weg ist, dass die Maus halt einfach weiter drückt wie da. Einmal gedrückt und zack, rastet sie ein. Das ist halt, das ist auch keine Gaming-Maus. So eine billig, normale, keine Ahnung, Maus. Oder Logitech, aber... Logitech, wenn man es aussprechen will. Aber sie ist halt einfach nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, die ist... Für einen normalen PC-Gebrauch reicht es, weil ich ja normalerweise Xbox-Spieler bin. Dann geht das, aber... Ah, zack, zack, zack. Ah, die Musik gefällt mir aber. Ich hatte jetzt erst die Standardmusik drin, aber die hat erstens rumgespackt und zweitens ging mir immer so auf den Piss, weil ich so aggressiv davon wurde. Aber es ist halt einfach immer dasselbe. Da stehe ich einfach erstmal eine Fackel hier rein. Der Raum ist jetzt ein bisschen klein. Ich glaube, dann werde ich noch... Oh, wieder unterirdisch bauen müssen. Irgendwie hatte ich vorher... Ich hab ne Idee. Ob das klappt weiß ich nicht. Oder ob es gut aussieht. Ah... Seine Scheiße... Kann ich irgendwie hier sitzen? Nee. Soll ich leider nicht, wie ich das mache? Ah... Oh, diese Maus, die... macht mich doch verrückt. Ah, ok, fast. Ok, auch nicht. Warte mal, ich krieg das irgendwie so gebaut. Warte mal... Oh, ey. Unglaublich. Ich dachte, sie tun sie uns was Gutes. Und lassen uns die Blöcke auch so bauen können. Aber wie geht das so? Nee, ich finde sie scheiße aus. Aufpassen, dass die Axt gleich nicht leer ist. Dann mach ich sie einfach umständlich. Wenn sie es unbedingt so wollen. Aber das und ich k piping idea. Ja, doch. Hier ist kurz drin. Sehr schön. Ein bisschen Ep eingesaut. Zu am Schluss. Ah verdammt. Da sy da so los gemacht. Und ich brauche gleich eine neue Axt. Ist künftig aufgefallen? Aber egal. Mal die Axt smaller Axt. Nein, dass ich jetzt um die Axt kaufe. Ich glaube die Folge überzieht schon ziemlich. Also nicht wundern, falls ich jetzt gleich einfach eine andere Episode startet. Weil es kann sein, dass ich es dann einfach so mache, dass ich jetzt ohne irgendwie neue Einleitung zu machen oder so die neue Folge beginne. So, das passt. Jetzt habe ich natürlich ein Holz. Ah, wie geht denn eine Axt? Ich glaube so. Zack, zack. Ja, okay. Vielleicht eine Holzachse nehmen. Ich glaube, das ist Eisen im anderen Haus. Aber ich habe keine Lust, hier drüber zu laufen. Aber die reicht ja auch. So. Perfekt. Ich habe das Gefühl, das sieht gleich einfach scheiße aus, wenn ich es so mache, wie ich es vorhatte. Und ich wollte jetzt hier Fenster machen. Nee, ich glaube, das sieht nicht nach nichts aus. Ich glaube, das sieht scheiße aus. Egal, man kann es ja mal probieren. Dann gehe ich mich jetzt schnell das Glas holen. Ich gucke drüber. Das Glas ist natürlich auch unten. Ich gucke aber. Gut, ist jetzt was in meinem Haus, das wäre nicht so cool. Äh, super. Das Haus muss auf jeden Fall noch viel verbessert werden. Gefällt mir selbst noch nicht so. Das will lassen. Ja, so würde es wieder passen. Wisst ihr was? Dann glaube ich, mache ich gleich... Oder ich mache jetzt einen Schnitt und hoffe, dass die Episode noch nicht allzu lang ist. Und dann werde ich jetzt das Haus einmal so bauen, dass es überall so aussieht. Und dann werde ich weiter aufnehmen. Also in diesem Sinne, hoffentlich war es jetzt noch nicht zu lang. Und dann bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Ciao. Super.